Wenn du im Menü bist... Moment, ganz gut, ich habe ja so eine Liste hier, wenn ich im Menü bin, habe ich so eine Liste mit 150 Positionen. Und da scrolle ich jetzt da und durch, aber ich finde es nicht. Welches Gerät hast du? Das ist der 991 Alpha. Ah, der 991, sorry, ich war bei einem anderen Gerät, okay. 991 habe ich jetzt nicht den Menüpunkt im Kopf, aber ich gehe mal kurz auf den 3000, eine Sekunde. Dort ist so ein ähnlichen Punkt. Da musst du gehen, etwa auf den Punkt ca. Ich gehe jetzt mal beim 991 schauen, da ist es beim 104, glaube ich, jawohl. Ich gehe jetzt mal so im Bereich von 100. Ja, also habe ich gefunden. TX, äh, SSB, TX, BPF, der steht bei mir auf 100 bis 3000. Ja, genau, das ist richtig. Okay, danke, Manfred, ja, besten Dank. Okay, dann ist das natürlich ein Problem, weil ich, äh, wenn ich dein Signal jetzt sehe hier, also die Bässe sind weg. Wir können vielleicht versuchen, mal die, äh, das Filter nach oben zu verschieben, aber das ist nicht normal. Ach, ja, jetzt weiß ich, du hast du zufällig das Handmikrofon, äh, äh, rumliegen, Andi? Ja, uiuiui, warte mal. Ja, da muss ich mal eben, ich habe hier so, so mehrere Pappkartons, äh, das ist echt eine Herausforderung. Kleinen Moment. Ja, weißt du was, lass mal das sein. Es ist, wie gesagt, es geht jetzt momentan, es ist nicht...